Seit 20 Jahren sorgt der ProSociales Wien für soziale Sicherheit in der Stadt. Mehr als 145.000 KundInnen erhalten jährlich die Unterstützung, die sie brauchen, um ihre individuelle Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Durch vielfältige Pflege- und Betreuungsangebote, Angebote für Menschen mit Behinderung oder Schuldenproblematik, Hilfe bei Obdach- und Wohnungslosigkeit und Grundversorgung für geflüchtete Menschen. Das einzigartige Fördersystem ermöglicht. Dass Menschen in Wien rasch zu leistbaren, qualitätsgesicherten und wirksamen sozialen Leistungen kommen. Dafür setzen sich Tag für Tag die rund 2.600 MitarbeiterInnen des FSW, seiner Tochter unternehmen und der 170 Partnerorganisationen ein. Mit einem täglich erreichbaren KundInnen-Telefon, der rund um die Uhr Gesundheitsberatung 1450. Initiativen wie dem Winterpaket für obdachlose Personen, dem FSW-KundInnenrat und einem eigenen Bildungszentrum für Sozial- und Gesundheitsberufe können sich die Menschen in der Stadt auch in Zukunft auf den Fonds Soziales Wien und seine Partner verlassen.